moin moin meine lieben leute willkommen zurück auf meinen kanal und wir spielen weiter grill den chancen denn hier bei psychonaut 2 machen wir jetzt das dritte gericht also ich verkommen ich habe die sachen einsammeln kann schon ja ganz gut eigentlich kommt hier schon einige hälfte und die zweite so aber noch ein ding da oben bekommen perfekt okay das fangen wir an ein bisschen gespann oh oh Oh, man, I'm your guide. Next, you'll need a boar. I'm just a pig, but trust me, I'm game. Get it? Whatever, as long as that pig gets sliced. Okay. That's a little sick, man. Hey, ride. Oh. Wait, I've got a bowl of double shield. To give our pancake stack, that signature beehive look. You're going to be using an actual beehive. But. I'm all a fuzz. I wish Cassie were here to handle those bees. But wait, there's more. Was? Noch mehr? The final touch of summary sweetness comes from a watermelon. It's about Tom. That's been chopped. Sure, I guess. Kind of still thinking about that pig, though. And then Blundet. Oh. Looks like I'm the big finish. No pressure, but this is Ford Crullers favorite dish. To mess this up, would be an insult to the very heart of the Psychonauts. Oh, oh, oh. Yeah. So, Chefs. Better get cooking. Okay, los geht's. Machen wir erstmal. Oh, we're going to have so much time. Äh. We're going to have something to eat. Oh, it's happening. I prefer to be fried. I think I hear some emotional baggage here. What's have I verloren? Ach so, weil ich darf nicht, okay. Let's fry that egg. Shell, careful with that. Oh. Oh. Oh, it doesn't smell like that. Oh. 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 haben wir uns das schwein vor gut das schwein da müssen wir da hoch ich muss echt schnell sein dann müsste es noch anbraten damit müssen auch noch bringen dass die die das speck zurückbringen und wenn ich noch die hälfte der zeit krass ganz so schnell dann ist das die melone die müssen auch immer hacken lassen und einer wir können die alle einsamen sich gerade ist da habe ich gar keine zeit aber wir können bestimmt die das normal machen wollen ach da muss noch mit ok vergessen das ist eine enge kiste verdammt achs das ist eine saue kiste da war mal mixen wir machen schnell anderen kram noch zeit läuft nicht weiter ok wir noch mal machen den taschen können wir leider nicht schaffen so kommt schon Oh. Hä? Den wir es doch jetzt? Danke. Okay. Oh. Oh. Oh Mann ey. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Oh. 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 ich verliere mein ganzes leben hier so eine mutter haben wir noch gleich in einer kram kommt schon so gut wo ist es wo ist die blöde bühne da einmal gekocht werden okay ich bin gespannt okay hätte ich vorher machen wollen das schaffe ich nicht mehr nein das schaffen wir niemals hätten als erstes reinschmeißen sollen okay habe ich drüber nachgedacht das wird wohl nix das wäre blöd also als erstes den honig direkt einfach neu machen hier oder hätte man anders gelöst er hätte anders lösen können ja das schaffen die zeit ist ja ich weiß gleich hat jetzt den honig rein naja ich weiß okay noch mal probleme waren die mystery box eigentlich haben du kannst du dich jetzt auch so schaffen aber ein anderer cooler gewesen okay hätte man schaffen können aber naja auch so wir schaffen es trotzdem so irgendwie warten das fertig ist hier man kann sich gleich noch mal wiederholen sind ja noch fünf minuten wenn natürlich schnell noch mal machen guck mal und so gucken was sie sagen okay Oh Pe caracter. Reveal the meal. Ist's technically Olivia! Ist das das größte Steck, das du mitnehmen kannst? Es ist größer, als es sieht. Weil wir die literalen Höhe der Horizontalität, der Flavor-Profile, wenn du willst. Moderatlich lecker. Kurze Unterbrecherung. Mir ist das Spiel gerade nicht mehr abgestürzt. Was vielleicht auch ein ganz guter Vorteil war, denn irgendwas stimmte mit dem Sound nicht. Das konnte ich nachher reinhören. Ich wollte zurückgehen, um das nochmal zu spielen. Das ging aber nicht. Denn man kann keine Speicherstände zurückladen. Das heißt, er speichert immer nur diesen einen Speicherstand, immer nur diesen Fortschritt, den man gerade erreicht hat. Tut mir leid, wir machen jetzt direkt weiter. Dafür ist das Sound aber besser und das Knacken ist weg. Genau, los geht's. Aber auch unsere Publikum. Wie fühlst du dich? Ich, äh... Ich... Ich... Ich hätte es nicht ohne diesen jungen Mann hier getan können. Keine Chance! Du kannst das jetzt komplett selbst machen, Agent Bull. Nein, das sag nicht. Das ist großartig zu hören. Denn es ist Zeit für... ... was Publikum? Doppel-Doppel! Oh nein! Doppel-Wappel! Wahoo! Das ist richtig! Es ist Zeit für... Doppel-Down! Okay? Der Chef wird alleine in unserer Isolation-Station kochen. Er ist komplett auf seinem Sous-Chef, um die Ingredienste, die er braucht, für die letzten drei Ziele. Das ist nicht so, Agent Bull. Ich werde dir die Ingredienste, die ihr braucht. Was denkst du, die Judges? Bereitst du für eine andere Reise? Keine Probleme. Wir sind... Wir sind professionell. Und wir müssen... ... machen ein bisschen Raum. Okay. Okay. Der erste Reise ist die Medlinge. Die Ingredienste sind auf dem Bord. Ich bin weg von hier, bevor es die Dinge getrennt. Haha. Ich werde dir die Föder überfüder. Okay. Oh, bitte. Oh, bitte. Das wird nicht helfen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Aber ich brauche einen von diesen jetzt. Jetzt müssen Sie den Judgeschef servieren. Genau. Ich werde jetzt attackieren. Okay. Was soll ich denn machen? Oh nein. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Schau mal. Die Judges werden das nicht so machen. Perfekt. Aber ist es zu schwierig? Oh nein. Ich fach schon wieder runter. Oh Gott. Das ist so schwer. So. Es ist jetzt, wenn du einen gefunden hast. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Achso. Da muss ich sie reinwerfen. Okay sehe ich jetzt. Oh nein. Oh nein. Ich bin jetzt vielleicht eh tot, also wir können es theoretisch nochmal machen. Oh, wir müssen nochmal machen, das war wirklich gerade schlecht. Ich muss jetzt noch herausfinden, was wir machen sollen, ich habe auch mein ganzes Leben verballert da gerade. Das war nicht so praktisch. So, Zybeln kommt da hin. Oh, das ist das Leben. Oh, das ist wirklich das Leben. Oh, fuck. Oh, weggekommen gerade. Ah, das war Leben. Okay. Oh, jetzt hat er aber gut, dass wir ein paar Leben wieder eingesammelt haben. Oh, sieht aus, dass er eine gute, relativ schön ist. Man kann immer nur eine Zwiebel zur Zeit machen. Aber was bringt mir das denn? Ich muss doch irgendwie auch die Leute besiegen da, oder nicht? Okay, jetzt ist eine Erdbein rein, okay. Okay, jetzt ist eine Erdbein rein, okay. Oh, please tell me if that has the ingredient they need. Exactly the thing. Haruna. I guess I'm all ingredient. Now I just have to make this dish all by myself. You can use it for sure. I shall certainly try. You stay safe down there while I do my best. Oh, er hat mich verbrannt. Da, brenn. Du blödes Ding. Eigentlich weiß ich nicht wie man Leben. Okay. Ah, okay. Und jetzt? Dadurch werden sie geschwächt? Ah, so, warte. Okay, das war ganz gut, glaube ich. Einer ist weg. Oder? Oh, okay. Oh, okay. Okay, das ist so, wie man ihn mitzirat. Okay. Okay. Okay, das ist so, wie man ihn mitzirat. Ja. Ja. Rein damit. Ja, ich würde es nicht so, wie man ihn mitziratet. Okay. Oh, das ist so. Ja, warte. Rats, das ist nicht was ich brauche. Ja, rein da das Schwein. Ah, witz. Na gut. Wir sind ja schon ganz gut dabei, oder? Das Schwein schlägt! Wir brauchen jetzt nicht einer von diesen. Hast du das Falsche reingeworfen? Was ist das? Ich bin glücklich, dass ich immer die Hände in meinen Händen. Auf jeden Fall wie das. Oh, verdammt das. Ich muss nur auf die Falsche fokussieren. Oh, das war cool. Lucrezia hat mir erzählt, wie man es macht. Was ist das? Ich muss meine Augen öffnen. Was ist das? Was ist das? Ja. Ich will das nicht. Keine Erfnisse. Perfekte Wahl! Und rein da. Und rein da. Okay. Okay. Oh, das wird nicht helfen mit dem Chefs finalen Score. Oh. 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 So, die machen wir doch gleich. Okay, wir sehen uns ob unser zweites Judd kann ein bisschen moderat sein. Oh oh, jemand hat sich übergebracht. Und es sieht aus, dass sie bereit sind, um zu leben. Okay. Sticky Situation! Au! Das ist schön! Oh! Noch innen! Oh, da sind wir hier! Oh, da sind wir hier! Ah, da sind wir hier! Ah, da sind wir hier! Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist! Ich weiß nicht, was das ist! Ah! Oh! Hm! Oh, das ist ein Hörger! Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Hörger, die ein Schraubchen vorgelegt wurde, aber ich habe nicht gedacht! Ah, das ist ein Leben! Hm! Hm! Ja! 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 Oh! Oh! Oh, haben wir einen Platz da! So! Komm! Komm! Komm her! Hol den Hammer raus da! Guck mal! Jetzt haben wir D alright! Das mit acht, 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 acht! Jetzt aber prac! Oh! los, dinosaurieren! Los sind die beiless, имеj! Auf die kleinste Schraubchen habe nicht, nur innen schreibst du was die waren immer. Schön zur Fußballsch Talent! Ah, die Maka. Ah, es geht ja noch. All right, everybody. Let's clean up this mess. Come on, get a move on. Clean kitchen, clean mind. You see, this is why I usually get taken. It's so Cassie. But what do you mean they won't let her out? What librarian? Here, my boy. You've earned this. I need to go find Cassie right away. Lost? We'll never get lost. Lost? I know that forest. Like the back of my hand. Wait. Don't you want help? I guess he doesn't. With this senior league pass, I can get Agent Crawler in the bowling alley and try to reconnect that aspect of his mind. The bowling aspect. Hi. Hi. So, pass auf. Wir gehen direkt da hin. Und zwar ins Foyer. Vielleicht können wir ja noch kurz beim Bowling Center vorbeigucken schon. Obwohl, das machen wir nicht. Das machen wir in der nächsten Folge, weil wir das jetzt auch noch machen. Hm. Entschuldigung. Ähm. Dann wird's glaube ich zu viel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss! 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 Offensive Gangliyor